So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Dwarf Forges Kurztipps Video auf meinem Kanal. Keine Sorge, es kommt bald auch mal wieder ein Anfängerguide Part. Der einzige Grund, aus dem ich heute keinen Anfängerguide Part aufnehme, sondern stattdessen dieses Video, ist einfach, dass ich aktuell tatsächlich einfach nicht so mega den Speicherplatz habe für so ein ewig langes Anfängerguide Part Video Teil. Die sind ja meistens immer so um eine Stunde lang meistens, die meisten Parts meines Anfängerguides. Und ja, ich habe aktuell einfach nicht ganz viel Speicherplatz auf meiner Platte, weil ich noch ein anderes Projekt auf meiner Platte gerade habe für meinen englischen Kanal, an dem ich gerade am Basteln bin. Deswegen dachte ich mir, außerdem muss ich erstmal wieder in Dwarf Forges reinfinden. Ich war jetzt ja vor kurzem im Urlaub und ich dachte mir, du nimmst heute erstmal ein ganz entspanntes, relativ simpel zu erklärendes Kurztipps Video auf. Und zwar geht es nämlich heute um eine Frage, die mir schon vor etwas längerem gestellt wurde tatsächlich. Und ich habe dazu aber bis jetzt noch kein Video gemacht, aber ich mache es heute. Nämlich war die Frage, hör mal, kannst du nicht mal erklären, welche Legendary Zwerge sind nützlich? Wie funktioniert das überhaupt mit diesen Skills und mit Legendary und was heißt das überhaupt? Ja, was ist das, wie geht das, wieso, weshalb, warum, ist die Banane krumm? Und genau diese Frage werden wir heute beantworten. Was sind Legendary Zwerge? Was sind Skills in Dwarf Fortress? Inwiefern ist es nützlich, legendäre Zwerge zu haben? Welche legendäre Zwerge sind nützlicher als andere? Im Endeffekt kann man das eigentlich ähnlich steuern, was man für einen legendären Zwerg kriegt. Die kriegt man ja meistens über Migration Waves übrigens und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, das ist ein relativ entspanntes Thema, relativ leicht um mich zu erklären. Und das ist ganz gut, um mal wieder in meine Dwarf Fortress Videos zurück reinzufinden sozusagen, nachdem ich jetzt ja eine längere Pause, äh, aufnehmen Pause, äh, also Dwarf Fortress aufnehmen Pause eingelegt habe. Da ich im Urlaub war. Aber gut, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Und ich erkläre euch, was es hier so schönes zu wissen gibt, sage ich mal. Und was es hier so zu erklären gibt. Und ich würde sagen, falls euch mein Content gefällt, erstmal, äh, vorweg, kurz in eigener Sache noch. Sollt euch mein Content gefallen, sollt euch hiermit helfen können, helft mir natürlich lieben gerne auch aus. Und zwar mit einem Abo, falls ihr das hier schon gemacht habt. Einfach lieben gerne einfach mal kurz auf den Abo-Knopf unten unter diesem Video drücken. Und eben gerne auf das Glöckchen klicken, um dann die Benachrichtigung, die Upload-Benachrichtigung einzuschalten. Ansonsten sind Abos im Jahre 2023 oder auch in den folgenden Jahren wahrscheinlich. Irgendwo relativ witzlos, weil YouTube der Meinung ist, man möchte keine Benachrichtigung haben, wenn man den Kanal abonniert, standardmäßig. Es sei denn, man klickt da drauf. Aber ja, ich würde sagen, wir legen das mal los. Und, ähm, also genau, für die von euch, die schon ein Abo da gelassen haben, natürlich lieben gerne Likes und Kommentare da lassen. Auch da supportet mich mega, aber ich würde sagen, jetzt legen wir direkt mal los. Und, äh, wir starten einfach direkt rein. So, diese Festunion zum Beispiel hat, glaube ich, auch den ein oder anderen legendären Zwerg. Aber ich würde sagen, bevor wir rein starten in das Thema, ähm, was gibt es so an legendären Zwergen wie bei Blupf, würde ich sagen, werde ich erstmal kurz eine kleine Kategorisierung vornehmen. Nämlich gibt es in meinen Augen, ähm, quasi, ähm, ja, drei Arten von legendären Zwergen oder von legendären Skills. Weil, ähm, ein legendärer Zwerg, ich zeig's jetzt mal kurz. Zum Beispiel einer von diesem Zwergen, äh, von diesem Zwergen, einer von diesem Zwerg hier. Wir gehen mal kurz auf Skills und wir sehen zum Beispiel haben wir jetzt hier unter Labor. Er ist ein Dabbling Planter, ein Dabbling Stone Crafter oder Stone Carver. Äh, keine Combat Skills, ein adäquater Intimidator, Other Skills, dann nochmal andere Skills und Knowledge. Er weiß die eine oder andere Sache, das ist, das ist nicht relevant, aber die Skills hier sind relevant. Und ein legendärer Zwerg, bei dem der Name dann so, ähm, so bunt blinkt, also immer so aufblinkt, wie so eine Neon-Reklame, sag ich mal. Der hat einfach einen von diesen Skills hier auf Legendary. Da steht dann Legendary Planter, Legendary Stone Carver, was auch immer. So, genau. Und dabei gibt es in meinen Augen drei Kategorien. Und zwar gibt es einmal Kategorie 1 und das sind, äh, quasi aktiv nützlich, äh, also das sind quasi legendäre Zwerge oder generell Skills, die aktiv nützlich sind. Dann gibt es in meinen Augen, äh, noch Skills, die passiv nützlich sind und Skills, die weniger bis gar nicht nützlich sind. Im Endeffekt ist jeder Skill irgendwie nützlich, deswegen würde ich nicht sagen gar nicht, sondern eher so weniger nützlich. Ähm, und zwar kann man diese drei Skills dann wiederum auch, ähm, nochmal anders gruppieren oder anders benennen. Und zwar sind das einmal die Produktions-Skills, das sind quasi die, ich sag mal, die passiv nützlichen Skills. Dann gibt es die sozialen Skills, dazu würde ich auch zum Beispiel Soldaten-Kampf-Skills quasi zählen. Das sind quasi die sozialen Skills, Umgang mit anderen Zwergen, mit Feinden und sowas, ja. Das sind quasi die aktiv nützlichen Skills, einfach nur, weil die werden aktiv ausgeübt beim Reden, beim Kämpfen, was auch immer. Und die weniger nützlichen Skills sind quasi diese Zwischenprodukt-Skills. Also zum Beispiel ein Furnace Operator zum Beispiel, ähm, ne, der schmeißt halt Holz in den Ofen und kriegt dann am Ende Kohle dabei raus. Diesen Skill zu leveln hat, glaub ich, auch kleine Vorteile, aber im Endeffekt ist es so nicht wirklich wichtig, so im Großen und Ganzen, sag ich mal, ne. Das sind quasi die weniger nützlichen Skills. So würde ich die grob aufschlüsseln. Wie wir zu dieser Aufschlüsseln kommen und wie ihr für euch selber erkennen könnt, zu welcher Kategorie ein Skill gehört, sag ich mal, dazu kommen wir jetzt gleich auch noch, würde ich sagen. Erstmal zeige ich euch einmal kurz, wie ein legendärer Zwerg aussieht, falls ihr es noch nicht wisst. Wir gehen einmal kurz vor meine Zwergenliste. Zum Beispiel dieser hier, Eden Stuck Schillnisch. Dieser Stone Carver hier, der ist hier am Blinken, weil er legendär ist. Ähm, Koksack hier zum Beispiel ist auch am Blinken. Dieser Miner hier ist legendär. Ich glaub dieser hier auch, ja, dieser hier auch. Der hier glaub ich nicht. Der blinkt glaub ich nicht. Der hier ist, also ich hab einige legendäre Zwerge hier jetzt in der Festung. Und wenn wir zum Beispiel mal bei diesem hier vorbeigucken, beim lieben Eden, wenn ich jetzt mal auf die Lupe gehe. Ähm, der ist hier Eden Feintrade. Der ist hier Skills. Der ist ein Legendary Stone Carver. Also riesige Überraschung, dass der Stone Carver Legendary Stone Carver ist, ja. Dass das so ein legendärer Skill ist. Ein Zwerg kann glaub ich auch mehrere legendäre Skills haben, soweit ich weiß. Das heißt einfach, dass das quasi das... Also legendär heißt einfach nur, der Zwerg hat das höchste Skill Level quasi erreicht, in Anführungszeichen. Das heißt einfach, was das heißt. Oder das ist einfach, was das heißt. Legendary ist einfach das höchste Skill Level von einem Skill. Und ein Zwerg kann natürlich rüber migraten zu eurer Festung als Legendary Skill. Oder er kann einfach jahrelang in eurer Festung, keine Ahnung, Körper aus Holz herstellen. Und irgendwann ist er dann ein legendärer Corp Crafter oder so. Ne, also ein legendärer Carpenter zum Beispiel in dem Falle. Oder, oder, äh, Wood Craft. Also entweder Legendary Wood Crafter oder Legendary Carpenter. Ich weiß nicht, wo man Körper herstellen würde. Ich glaube aber Bins stellt man hier her, oder? Guck mal kurz nach. Damit hieße kein Mux. Ja, also das wäre dann, das wäre zum Beispiel ein Carpentry Skill. Ähm, Körper herzustellen, Bins halt, ne? Kisten, was auch immer. Die stellt man hier im Carpenters Workshop her. Und damit wäre der Skill dafür Carpentry. Das heißt, jemand, der jahrelang, jahrzehntelang nichts macht hier in dem Spiel. Ein Zwerg, der nur Bins herstellt oder andere Dinge zum Beispiel. Weiß ich nicht, Betten und Altare. Und da hat's nicht gesehen, ja. Der wird irgendwann ein Legendary Carpenter sein. So, genau. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema, was, was macht das jetzt? Also wie ihr seht, ne, diese Zwerge sind hier, manche sind legendär, manche sind nicht legendär. Was heißt das jetzt? Ja, also was, was heißt das, wenn ein Zwerg legendär ist? Also das habe ich jetzt hier gerade schon so grob angesprochen oder angeschnitten. Ein legendärer Zwerg ist einfach auf dem höchsten Skill Level angekommen. Aber was hat man jetzt davon? Und das ist der Grund, aus dem diese, diese, ähm, diese Einteilung, diese drei Gruppen in meinem Augenblick hier ist. Also, zum Beispiel Zwerge, die immer gut sind, sind, ähm, legendäre Militärzwerge, ja. Ähm, ihr könnt übrigens auch an etwas ganz anderem erkennen, dass ein Militärzwerg einen legendären Skill hat. Nämlich wird dann, ähm, also wir können hier mal kurz gucken, äh, ob man das sieht, ich weiß gerade nicht, wo man das genau sehen kann. Ne, hier glaube ich nicht, wo konnte man das nochmal einsehen? Äh, badap, badap, ich muss kurz mal hier suchen. Hm, ich würde einmal kurz einen kleinen Cut machen wollen, eventuell sogar. Warte mal, sind meine Militärzwerge gerade in Business hier? Ne, sind sie nicht. Äh, dann kann ich euch das, glaube ich, eh gerade gar nicht zeigen, weil die gerade quasi in Zivile rumlaufen. Man kann auf jeden Fall, also, woran ihr erkennen könnt, dass ein Militärzwerg quasi ein legendärer Militärzwerg ist, ist ganz einfach, ähm, ein Axt-Dwarf, also ein Axt-Zwerg, ja. Das ist ein normaler Axt-Kämpfer. Ein Axt-Lord, also ein Axt-Lord, ja, das ist quasi, das heißt einfach, der hat, ich weiß nicht, ob es egal ist, welcher Skill genau legendär ist, oder ob es definitiv der Axt-Kampf-Skill quasi sein muss, aber ein Axt-Lord ist quasi ein legendärer Militärzwerg, ja. Und so als relativ simple Faustregel, damit ich mal kurz uns einen hier ausruhen, zum Beispiel den Rimtar hier. Äh, ne, warte, wir suchen uns, äh, Kel-Nugret, so, wir nehmen einfach den Kel-Nugret, keine Ahnung, wir nehmen einfach irgendeiner von diesen Militärzwergen, ja. Ähm, die sind schon relativ lange im Einsatz, glaube ich, die Militärzwerge hier, wir gehen mal auf Nehmen. Äh, Kel-Nugret, wo ist er denn hier, der Kel, hör mal. D, C, E, F, G, I, Kel, da ist er, Kel-Nugret, Chief Medical Dwarf, wir gehen mal kurz hier drauf, der pondert gerade, äh, embryologische Entwicklung, okay, sehr interessant. Anyways, wie ihr seht, das hier ist ein, äh, der ist ein legendärer Mechaniker, und wenn wir jetzt hier mal kurz auf Skills gehen, ist er aber auch ein Legendary Fighter, Legendary Observer und ein Legendary Axe Dwarf, wie ihr seht, also der ist hier legendär in quasi allem. Und wie ihr seht, ne, der hat alle möglichen Skills auf Legendär, logischerweise kam er nicht als legendärer Zweck zu der Festung, und ich würde sagen, ähm, Combat-Skills auf jeden Fall sind immer gut zu haben. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass hier sind quasi die nützlichsten legendären Skills, also logischerweise, wenn ihr jetzt, äh, Axtzwerge habt, und ihr habt, äh, ihr bekommt als Migrant bekommt hier einen legendären, keine Ahnung, ähm, einen legendären Hammerzwerg. Ja, dann müsst ihr dem vielleicht irgendwann einen Hammer geben und mit einem Hammer ausrüsten. Oder halt, er hat dann halt nicht die Kampferfahrung mit der Axt, weil der hat dann wirklich nur die Erfahrung mit dem Hammer natürlich. Aber grundsätzlich ist es bei, und das sind auch Skills, die sich mit am einfachsten trainieren, also automatisch, passiv, weil ja die ganzen überhaupt am Üben sind, wenn man denen das sagt. Deswegen, das geht relativ schnell, dass man hier legendäre Zwerge hat. Und das sind auch mit die nützlichsten legendären Skills von allen im Spiel, würde ich sogar sagen. Einfach nur, weil das ja einen sehr noticeable Unterschied macht. Das macht einen bemerkbaren Unterschied. Ja, also ein legendärer Kampfzwerg, der wird teilweise von, weiß ich nicht, drei Goblins beschossen mit ihren Armbrüsten oder Bögen oder was auch immer. Und der dodgt dann, also der weicht allen Pfeilen aus. Keine Ahnung, wenn er getroffen wird, ist er vielleicht schon abgehärtet vom Kampftraining und nimmt da nicht ganz viel Schaden. Der schlägt selber härter zu. Er kann selber, glaube ich, auch ein bisschen mehr wegstecken. Er kann definitiv besser ausweichen. Also logischerweise, ja, also ein legendärer Kampfzwerg ist einfach um einiges besser als ein nicht legendärer Kampfzwerg. Und das ist eine der nützlichsten legendären Fähigkeiten. Und wie gesagt, das würde ich so in den Bereich soziale Fähigkeiten packen. Nicht alle sozialen Fähigkeiten sind so nützlich, ja. Also, was zum Beispiel natürlich auch gut ist, ist zum Beispiel bei eurem, ähm, bei eurem Bookkeeper, der sollte natürlich ein guter Bookkeeper sein. Also er sollte gut im Bookkeeping sein. Früher, das ist auch so ein Skill, der sich von alleine hoch trainiert, indem er einfach Bookheept, logischerweise, ne. Aber logischerweise, umso besser euer Bookkeeper ist, umso genauer sind hier eure, eure Stockzahlen hier, eure Stocks hier oben. Umso genauer sind die halt logischerweise, ähm, bei eurem, ähm, Trader übrigens. Da gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Skills. Ich glaube, ähm, als, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Skills beim Traden wichtig sind. Aber so Sachen wie, ich glaube, Judge of Intent, ähm, ich glaube, Negotiator ist dabei wichtig. Ähm, Persuator eventuell auch. Also so Trademäßige Social Skills sind bei diesem Zwerg logischerweise gut zu haben, ja. Also auch da. Aber das ist eher situational, die sind eigentlich nur bei einem Zwerg wirklich wichtig, logischerweise. Ansonsten gibt es auch natürlich auch so, so, so lustige Dinge wie, keine Ahnung, Singen und Tanzen hier, Dabbling Dancer, ähm, Dabbling Wordsmith. Keine Ahnung, falls ihr eine Feststellungsbibliothek habt, dann wollt ihr natürlich auch da Leute haben, die gut schreiben können oder gut Poesie vortragen können. Es kann vielleicht auch ganz praktisch sein, wenn sie gute Students sind, ich glaube, dann lernen sie eventuell schneller von anderen Zwergen. Auch das kann natürlich ein Vorteil sein. Also logischerweise, ne, diese Skills sind natürlich auch bei manchen Zwergen ganz gut, aber die sind natürlich um einiges weniger gut wie die main sozialen Anführungszeichen, ja. Sozial im Sinne von, ich bin ein sozialer Mensch und hacke Menschen, die ich nicht mag, äh, die ich nicht mag, den Kopf ab, ja. Insofern man das alles, oder Zwerge, die ich nicht mag, ja. Oder Goblins in der Regel eigentlich, ja. Ähm, insofern man das als sozialen Skill bezeichnen kann, aber in diesem Spiel würde ich das schon irgendwo als Kategorie Sozial Aktiv Skill auf jeden Fall, also eher als Aktiv Skill halt bezeichnen. Sozial ist der R2-Dreck, aber ist halt ein aktiver Skill, ne. Ähm, das ist so einer der wichtigsten Skills aus dieser Kategorie. Äh, ansonsten würde ich aber sagen, die andere wichtige Kategorie sind halt diese passiv nützlichen Skills, und dazu gehen wir jetzt mal über. Würde ich sagen, ich, ich glaube, diesen Bereich habe ich ganz gut abgefrühstückt und erklärt, glaube ich. Also ihr versteht man sich jetzt, was ich meine. Logischerweise, ähm, Kampfzwerge sind immer gut zu haben. Ich glaube, der hier war auch mal, war mal Kampfzwerg und dann hat er sich, glaube ich, irgendwie das Bein gebrochen oder so. Ne, war er nicht. Ne, 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 das war kein Kampfzwerg. Äh, wer, wer war das denn? Der hier? Der hier, ja. Also logischerweise, ne, legendäre Kampfzwerge sind gut, äh, sind, sind, sind immer gut zu haben. Ähm, legendäre, ähm, Passiv-Skill-Zwerge aber auch. Und der hier hätten wir uns auch, lustigerweise auch, äh, äh, unter anderem auch einen mehr oder weniger wichtigen Passiv-Skill, nämlich Legendary Mechanic. Ähm, das zum Beispiel ist auch noch ein, das ist ein Skill, den würde ich zwischen, äh, äh, zwischen somewhat useless und Passiv-Skill einsortieren. Ähm, ähm, denn wir gehen jetzt immer zu den Produktions-Skills, also generell nicht nur zu den nützlichen, sondern auch zu den unnützten Produktions-Skills. Ähm, denn das hier ist quasi zutreffend für sowohl nützliche als auch unnützliche Skills. Also unnütz, also unnütz, in Anführungszeichen. Ein legendärer Zwerg ist immer schneller drin, seinen Job auszuführen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt diesem Zwerg hier sage, yo, stellen wir mal, äh, äh, Mechanisms her, also, ne, Michael, ne, der soll mir seine Zahnräder herstellen, damit ich mir daraus Fallen bauen kann zum Beispiel. Und einem Zwerg, der das noch nie gemacht hat, der Zwerg, der das noch nie gemacht hat, braucht wahrscheinlich zwei- oder dreimal so lange, wenn nicht sogar noch länger, als dieser Zwerg, um, um einen Mechanismus herzustellen, ne. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Und der andere riesige Unterschied ist die Qualität, ja. Also dieser Zwerg hier stellt, ähm, wenn wir mal kurz nach Mechanisms suchen in meiner Festung, schauen wir mal kurz. Also, äh, ein Zwerg, der das noch nie gemacht hat, stellt wahrscheinlich einen Mechanism wie diesen hier her. Ich suche mal kurz nach einem. Hier haben jetzt hier noch einen Plus daneben, dann haben sie einen Minus und zu guter Letzt haben sie, glaube ich, nichts mehr daneben stehen. Äh, so, ne. Also ein, ein ungelernter Zwerg wird wahrscheinlich irgendwie so ein Mechanismus, äh, so ein Mechanismus hierherstellen, also von normaler Standardqualität oder vielleicht ein Minus-Mechanismus, also der etwas besser ist oder so ein Plus-Mechanismus vielleicht auch noch und ganz, ganz, ganz selten vielleicht bessere Qualität auch noch. Äh, ein legendärer Zwerg allerdings wird wahrscheinlich fast immer oder sehr häufig solche Mechanismen hierherstellen. Also mindestens hier so ein, ne, so ein Stern hier oder diese drei, drei, drei Striche oder auch häufiger mal so einen hier mit so einem richtigen Zahnrad-Icon daneben, also so ein, so ein, so ein, so ein Masterwork hat entsprechend. Ja, also legendäre Zwerge werden, zum Beispiel ein legendärer Mechaniker in so einem Falle, wird relativ häufig, ähm, also relativ häufig, ähm, auch nicht am laufenden Band, ja, nicht immer, aber der wird häufiger Masterworks herstellen und Masterworks sind mehr wert. Zwerge finden die schöner, finden die besser, ähm, die haben höheren Trade-Wert, also die sind einfach generell, die sind einfach besser, das ist einfach bessere Version vom selben Item, das quasi kein Masterwork. Ja, also ich, macht glaube ich Sinn soweit. Ich suche mal kurz nach einem anderen Zwerg, der vielleicht auch noch hier, ähm, zum Beispiel, mein, äh, Koch, wenn ich eben einen Koch habe, ist das hier ein Koch? Ne, ist im Trinken, hm, okay. Da, da haben wir einen Koch zum Beispiel. Das hier ist ein High Master Cook, das ist noch kein Legendary Cook, aber ein Legendary Cook ist zum Beispiel auch ein Vorteil zu haben, auch das würde ich noch als, äh, passiv nützlichen Zwerg, äh, bezeichnen. Und zwar, ähm, stellt der halt Masterfully hergestellte Essen her, und logischerweise ein Masterfully hergestelltes Essen, ja. Da freuen sich eure Zwerge drüber, da sind so happy, so, oh, yo, das sieht super aus, das schmeckt super. Und sind noch glücklicher, als wenn sie ein nicht Masterfully hergestelltes Essen konsumieren und essen, logischerweise, hm. Das ist vielleicht zum Beispiel ein, das ist ein Legendary Bonecarver. Seht ihr das zum Beispiel wiederum, einer von den Jobs, den ich als nicht so nützlich bezeichnen würde? Ähm, oder ne, Bonecarver, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ne, ich glaube Bonecarver ist nicht so nützlich. Ja, also Bonecrafter, ein, hier, einer der, der Bonecrafts hier herstellen kann, wie, wie das hier gerade auch hängt, ist lustigerweise. Ja, ein, ein, ein Bonecrafter ist nur nützlich, weil der craftet halt, keine Ahnung, Goblets, Mugs, also Tassen und Becherchen und weiß ich nicht was. Äh, dann aus Knochen zum Beispiel. Und die können dann zum Beispiel auch Masterworkqualität haben und ist natürlich auch schneller darin, ja. Demnach auch das ein sehr, sehr nützlicher Legendary Zwerg. Ein, ähm, Bonecarver allerdings, ich glaube, der schneidet quasi nur die Knochen aus den geputscherten Kreaturen raus. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Huhn geschlachtet habt, dann schneidet der da die Hühnerknochen raus oder whatever. Ähm, das Ding ist aber, und ich würde sagen, das werde ich an dieser Stelle auch mal kurz einwerfen und anschneiden. Ähm, wir haben jetzt mal, wie gesagt, also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Furnace Operator, ja. Das ist zum Beispiel einer, einer der wahrscheinlich nützlosten Legendären Zwerge, die man so haben kann. Und der Grund dafür ist relativ simpel. Ihr seht, habe ich jetzt hier einen Bootfurnace, ja. Und jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt hier die Industrie-Stadt Nummer 1. Ich muss hier eine ganze Armee supplyen mit, mit Rüstungen und Waffen und, hast du nicht gesehen. Und die Kinder der Festung wollen Spielzeuge haben aus feinstem Titanium, keine Ahnung, ja. Das heißt, ich brauche hier eine Menge Kohle, weil ich habe vielleicht keine Lava gerade. Ich zum Beispiel diese Festung habe auch keine Lava, also nebenbei. Äh, ich habe keine Lava und ich brauche jede Menge Kohle. Wie komme ich jetzt an Kohle ran? Ähm, an Kohle komme ich ran, indem ich sie logischerweise hier, ne, herstelle, also Holzkohle am besten. Oder halt auch, ähm, indem ich mit Hilfe von Holzkohle Kohlensteine dann einschmelze zu normaler Kohle, whatever. Ähm, ja, aber sagen wir mal, wir wollen eine Holzkohle herstellen, ja. Also wir brauchen einen Furnace Operator, der hier das Holz da reinschmeißt und das Ganze verbrennt oder umbrennt zu Kohle. Okay. So, gesagt, getan. Das Problem ist jetzt aber, oh nein, wir brauchen mehr Kohle. Die Lösung ist jetzt entweder, wir haben einen Legendary Furnace Operator, der schwierig zu kriegen ist, weil man muss halt spezifisch Glück haben, einen kriegen. Oder aber, und deswegen sage ich, dass das in meinen Augen nicht so nützliche Legendary Zwerge sind, ähm, oder aber wir besorgen uns einfach, gehen einfach hin und sagen, jo, Workshops, wir brauchen mehr Kohle, ja. Wir assignen einfach noch ein paar mehr Zwerge dazu, Furnace Operator zu sein und knallen dir noch einen zweiten Wood Furnace daneben, bei der Bing, Badabum, und schon haben wir jetzt zwei Furnaces, ja, und haben effektiv unsere Produktion, Produktionsrate verdoppelt. Unsere Furnace Operator werden nebenbei auch passiv immer, immer besser und höher trainiert, ja, vom Skill Level her, und schon brauchen wir keinen Legendary Furnace Operator mehr. Ähm, wobei das natürlich wiederum dann nicht geht, ist wiederum zum Beispiel bei der Herstellung, wie wir jetzt gesagt, ja, wenn wir zum Beispiel einen Legendary Weaponsmith haben, ja, den können wir nicht einfach ersetzen durch einen zweiten Zwerg und einen zweiten Workshop, weil der Legendary Weaponsmith produziert halt qualitativ, zum einen schneller und zum anderen qualitativ hochwertiges Equipment, dem ist der um einiges wertvoller als ein Furnace Operator. Äh, und jetzt würde ich sagen, ähm, gibt es noch, äh, eine weitere nennenswerte, ähm, Art von Legendary Zwerg, äh, beziehungsweise zwei mehr oder weniger, ich kann überlegen. Ja, wobei, ich würde sogar fast sagen, das ist vielleicht noch so eine, ähm, so eine vierte Kategorie mehr oder weniger, und zwar ist das, ähm, der Utility Zwerg, sag ich mal, oder die, 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 das sind die Utility Skills, ne, die, die, die einfach generell nützlichen Skills, ne, die, die, die einfach generell nützlichen Skills, was immer gut ist, ist einen Legendary Miner zu haben, zum Beispiel ein Legendary Miner ist einfach um einige schneller da rein, also das ist kein produzierender, ne, kein produzierender Job, aber ein Legendary Miner baut schneller ab, logischerweise, also wenn ich jetzt hier sage, so, jo, den, den Gang, also, hoppala, eigentlich nur, so, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, diesen Gang hier, und diesen Gang hier, die sollen bitte ausgebuddelt werden, und den hier buddelt quasi nur ein Legendary Miner von vorne bis hinten durch, und den hier buddelt ein ungeskillter Zwerg durch. Der Legendary Miner ist wahrscheinlich hinten angekommen, wenn der ungeskillte Zwerg irgendwie hier bei dem Feld hier ist, also irgendwie zwei, drei Felder hier reingebuddelt hat, das ist tatsächlich so, also die sind um einige schneller, ähm, also Miner sind gut, ähm, smoother, ich weiß nicht, wie heißt der Job, ich hab schon vergessen, wie der heißt, äh, Stonecutter, ja, dieser Stonecutter-Job hier, einen guten Stonecutter zu haben, ist auch, ähm, den kannst du auch in Gold aufwiegen, einen guten Stonecutter, ja, weil der, der Stonecutting-Job, der dauert Ewigkeiten, ja, es dauert Ewigkeiten, ja, es dauert Ewigkeiten, bis eine einzelne Karte, äh, gestoencutt ist, und gesmooft ist, und ein geskillter Stone, also ein Legendary Stonecutter, oder auch ganz, äh, oder eben halt auch ein geskillter Stonecutter, der ist um einige schneller darin, äh, darin, eine einzelne Teil halt, zu, zu smooven, und generell auch ganze Räume, logischerweise, ne, also der ist einfach um einige schneller, und um einiges besser, und, äh, besonders wichtig bei diesen drei Jobs, ja, ist, äh, der Legendary Engraver, denn der Legendary Engraver ist schneller, und vor allem, ähm, ähm, Engraved, der sehr, sehr häufig Masterpieces, und, ähm, es gibt einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied zwischen, ähm, einem Masterpiece, ähm, Engraving, ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen ungeskillten Zwerg, ist, keine Ahnung, wir gehen mal hin und sagen mal hier, so, keine Ahnung, ungeskillter Zwerg, engraved hier, und der, ähm, ich schaue mal ein bisschen rein, der Legendary Engraver engraved das hier links, und der andere engraved das hier rechts, keine Ahnung, vielleicht auch so eine ganze Reihe, whatever, ne, sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie einen Nobelraum, und, ne, engraven da jetzt halt irgendwelche lustigen Dinge rein, ähm, ja, wie gesagt, also, das macht einen riesigen Unterschied, weil, in der Regel will man ja meistens engraven, um zum Beispiel mit dem Nobel seinen Raum schmackhaft zu machen, weil er sagt so, oh, mein Raum ist so hässlich, oh nein, ich brauche immer schöne Möbel, und der muss engraved sein, und generell überhaupt, ja, und ein Legendary Engraver wird wahrscheinlich, keine Ahnung, bei, also, es ist tatsächlich so, bei gefühlt, ähm, einem von drei, oder vielleicht sogar zwei von drei Engravings, kam bei mir oftmals einfach Masterpieces raus, also so Masterworks, und diese Masterworks sind absurd viel Geld wert, dafür, dass es einfach nur stumpfe Engravings auf dem Boden oder auf der Wand sind halt zum Beispiel, deswegen, das lohnt sich mega, ähm, das ist also definitiv, ähm, ja, definitiv ein Skill, bei, auf, 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 äh, den ihr nicht verschlafen solltet, ja, wenn ihr einen, einen Legendary Engraver habt, würde ich euch dazu raten, tatsächlich hinzugehen, und alle anderen Engraver auszuschalten, und nur den engraven zu lassen. Wie ihr seht, habe ich aktuell anscheinend gerade gar keinen eingeschaltet, interessanterweise. Ich glaube, ich weiß sogar warum. Ich hatte nämlich hier auch einen Legendary Engraver und der ist verstorben. Das ist dann das Problem, was ihr dann danach habt. Wenn ihr keinen zweiten Legendary Engraver habt oder keinen anderen hochgezüchtet habt, in Anführungszeichen, dann habt ihr dann danach nur noch Novices und Dabbling und weiß nicht, also relativ schlechte Engraver. Alternativ könnt ihr natürlich auch nur dafür sorgen, dass ihr quasi alle anderen Engraver ausschaltet, bis auf den Legendary Engraver, wenn es wirklich wichtig ist und wenn ihr irgendwelche unwichtigen Nebenräume quasi engravedt, dass ihr dann quasi den Legendary Engraver wiederum ausschaltet und die Nachkömmlinge quasi, also die Novizen, dass ihr dann die einschaltet, dass ihr die dann halt ein bisschen Training kriegen, falls der Legendary Zwerg irgendwann stirbt, was natürlich passieren kann, wie bei mir zum Beispiel. Und dann habt ihr nämlich sonst den Salat, wie ich es jetzt hier gerade habe und habt keinen guten Engraver mehr. Und natürlich auch noch ein weiterer Zwerg, der in meinen Augen auch noch nennenswert ist jetzt hier in dieser Kategorie der Utility Skills, sag ich mal, ist der Juwelenzwerg, also der Gemsetter vor allem, ist das glaube ich, ne der Gemcutter glaube ich auch. Generell alle Gems, also alle Gem, also diese ganzen Dekorierjobs quasi. Es ist natürlich gut, einen Zwergen zu haben, der gut die Gems vorbereiten kann, die schön so in schöne Form schneiden kann. Das ist natürlich Gold wert, weil dann ist der Gem viel wert und wenn der Gem viel wert ist, ist natürlich auch, woran man den dranbringt, ist das auch automatisch viel mehr wert. Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wie gut der Gemsetter ist, also wie gut der jetzt, der den Gem, also den Edelstein quasi, wirklich auf den, keine Ahnung, auf den Rockthrone aus Opalstein oder was auch immer, ja. Wie gut der Zwerg ist, der den dann quasi daran andringt, das ist glaube ich auch noch wichtig. Generell, also alle Zwerge aus diesem Industriezweig, solange ihr quasi wirklich Decorations nutzt, also solange ihr eure Sachen dekoriert und verbessert und upgradet, ist es auch da definitiv mega krass gut, halt einen guten Zwerg zu haben, der das voll drauf hat, sag ich mal, oder mehrere verschiedene Zwerge, die einzelne Teile dieses Industriezweigs quasi voll drauf haben, weil dann könnt ihr super, super wertvolle Möbel oder Spielzeuge oder was auch immer herstellen. Und zu guter Letzt, noch als honorable mention, I guess, als kleinen Zusatz hier, wie gesagt, ich finde soziale Zwerge nicht so wichtig, keine Ahnung, es gibt genug, im Endeffekt genug Möglichkeiten, Zwerge glücklich zu machen, sag ich mal, und vorzubeugen, dass sie mega angry und böse werden. Aber grundsätzlich glaube ich zumindest, dass sowas wie zum Beispiel ein Zwerg, Skill-Liar, ja okay, das könnte vielleicht auch gut sein, ich weiß es nicht. Ja, Schatz, du bist total hübsch. Ähm, ähm, ja, das meine ich total ernst. Nein, keine Ahnung, aber ja, kann natürlich, äh, kann natürlich auch praktisch sein, keine Ahnung. Nee, was ich immer meine, ist zum Beispiel hier, äh, gute Musiker und Tänzer und sowas zu haben, könnte vielleicht auch ganz praktisch sein, dass, da, ich achte auf so manche, also ich achte auf viele Zwerge, aber auf alles natürlich auch nicht, da habe ich noch keine Experimente mitgemacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man hier Leute hat, die gut tanzen, singen, tanzen, musizieren können, dass dann vielleicht eure Tavernenzwerge, die hier in der Taverne rumhängen, gerade am Essen und Trinken und auch selber tanzen sind, dass die halt happy sind, weil, oh, meine Freunde können gut tanzen und die können gut singen, hui, das macht aber Spaß. Und dann sind sie direkt glücklich. Ähm, ja, ne, also das kann natürlich nicht schlecht sein, aber ich glaube, ähm, persönlich, wie gesagt, in Sachen soziale, aktive Skills, sind definitiv die Combat Skills am, äh, am, am, am wichtigsten, sag ich mal, oder am angenehmsten, mehr oder weniger. Aber gut, ich würde sagen, irgendein Zwerg hat hier seinen ganzen Raum zugeschmissen mit, mit, mit Essen. Das ist einer von meinen Militärzwergen wahrscheinlich. Den so komischen Bug, dass sie, dass sie ihren Backpack immer in ihrem Raum entleeren, weil, oh, das Essen gehört jetzt mir. Das war mein Backpack. Da steht jetzt mein Name drauf. Ich hab ihn reingegessen. Ich hab da so, in Form meines Namens, Essen rausgebissen und deswegen ist es meins. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Naja. Aber gut, ich würde sagen, das wär's, glaube ich, auch schon fürs heutige Video. Ähm, wie gesagt, ich hab auch nicht erwartet, dass es jetzt ein mega langes Video wird, wie, wie sonst oft in meinen Videos. Ähm, es ist im Endeffekt für das, was es ist, eh schon relativ lang. Aber ich hab dafür auch relativ, ich denke mal, ich hab relativ ausführlich, äh, alles einmal angeschnitten, was es so zu wissen gibt zum Thema legendäre Zwerge und Skills und generell. Ähm, Too Long, Didn't Read, TL, Di, A, in meinen Augen sind am nützlichsten. Zum einen legendäre Militärskills, aber die kriegt man eh relativ leicht. Also, man kann, wie gesagt, eh nicht wirklich steuern, welche Zwerge man als Migranten kriegt, logischerweise, als Migrants. Ähm, aber ja, Militärskills sind immer gut. Und ansonsten, Engraver sind mega nice. Äh, Miner sind gut. Woodcutter auch schätze ich mal, die hab ich jetzt vorhin vergessen. Ja, aber Woodcutter sind natürlich auch, aber dann wiederum keine Ahnung, wie oft, wie viel Holz muss man wirklich, also wie viele Bäume muss man wirklich fällen und wenn man viele fällen muss, dann auch da, ne, ist wieder so ein Ding, da kannst du dir auch einfach noch einen zweiten Woodcutter halt noch hochzüchten zur Not. Oder drei oder vier oder fünf, keine Ahnung, wenn man eine riesen Holzindustrie hat, dann macht man das halt einfach so. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das, das, das wär's im großen Ganzen. Ich hoffe, ihr versteht, was zumindest meine persönliche, also das ist natürlich als meine persönliche Meinung, ja, ist natürlich rein, äh, subjektiv, sag ich jetzt, war das jetzt nicht die, die eine Wahrheit, sag ich mal. Andere Leute haben da vielleicht auch andere Präferenzen. Aber ich denke, es macht irgendwo Sinn, legendäre Zwerge so zu präferieren, sag ich mal. Wie gesagt, man kann es eh nicht wirklich steuern. Ja, also Zwerge werden nach und nach einfach besser in ihren Jobs und Migranten kann man sowieso überhaupt nicht steuern. Also man kann im Endeffekt sogar bestimmte Zwerge anfordern, teilweise, äh, hier über den Wallscreen dann von seinen eigenen Siedlungen und schlag mich tot. Ähm, ja, ne, aber abgesehen davon, mag man so wirklich aktiv steuern, kann man es nicht. In, in der Regel hat man früher oder später halt eh relativ, A, relativ viele legendäre Zwerge und wenig überraschend sind es legendäre Zwerge, äh, in Dingen, die in eurer Festung halt viel gemacht werden. Ja, also zum Beispiel, in meiner Festung gibt es wahrscheinlich eine gute Menge an guten legendären Farmern, würde ich mal vermuten. Wie ihr seht, habe ich viele Farmer und Köche. Legendäre Köche wird es viele geben. Es gibt einige legendäre Miner, die gibt es in fast jeder Festung, weil man viel meinen muss. Ähm, in Graver gibt es früher oder später auch meistens mindestens einen ganz guten oder er stirbt wie bei mir. Ähm, man hat in der Regel früher oder später auch einen ganz guten Carpenter immer. Wie gesagt, also in der Regel hat man früher oder später halt logischerweise geskillte Zwerge in den Dingen, die in der Festung viel und oft gemacht werden. Das ist halt einfach das Resultat daraus, dass die Dinge viel und oft gemacht werden. Die Zwerge werden halt daran besser. Genau wie auch ihr in echt zum Beispiel, wenn ihr viel Gitarre übt, dann werdet ihr irgendwann gut darin sein, Gitarre zu spielen oder Klavier, oder wenn ihr viel Matheaufgaben löst, seid ihr irgendwann gut in Mathe. Ist ja, ne, selbsterklärend. Oder wenn ihr viele meiner Videos guckt, dann wisst ihr irgendwann ganz viel über Dwarf Fortress Bescheid. Um mal ein weiteres Beispiel einzustreuen. Ähm, aber gut, ich würde sagen, das wäre es so weit für das heutige Video. Ich hoffe, ich konnte euch einige neue Dinge näher bringen oder ihr versteht jetzt einige Dinge besser über das Skillsystem in Dwarf Fortress. Ich habe die einzige gesagt, die ich nicht erklärt habe, ist, wie sich die Skills, doch, habe ich eigentlich ja eh schon, wie gesagt, also dadurch, dass ein Zwerg irgendwas macht, ne, wird er halt besser drin. Das habe ich jetzt mehrfach so nebenbei, ich habe es jetzt nicht aktiv so, ja, genau so funktioniert das, so wird ein Zwerg besser darin, seinen Skills auszuüben. Aber ich habe es halt mehrfach so anbei angemerkt, dass ja, wenn ein Zwerg etwas tut, dann wird er besser drin. Also so werden Zwerge besser in den Skills und das passiert quasi eh auch natürliche Art und Weise in der Regel. Ähm, ja, wenn noch irgendwelche Fragen zum Thema offen sind, ich bin dann überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, anzumerken, aber ich glaube eh nicht. Deswegen, solltet ihr noch Fragen haben, klatscht sie mir liebend gerne in die Kommentare. Solltet ihr keine Fragen haben, dann nicht. Dann schreibt mir liebend gerne in die Kommentare, ey, das Video ist voll cool oder ey, das Video ist voll doof und zwar, weil, weiß ich nicht, weil, da sind viel zu viele Bäume und du hast doch keinen Krieg mit den Elfen angefangen in dieser Speicherdatei. Mach das mal, töte mal alle Elfen oder so, keine Ahnung. Definitiv, der valideste Kritikpunkt aller Zeiten. Also, geht dir eigentlich gar nicht klar, dass die Elfen hier noch nicht ausgerollt sind in der Welt. Ich bin auch selber über mich ganz empört, dass ich die baumliebenden, baumschmusenden Hippies hier noch nicht ausgerottet habe. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gut, ich würde sagen, das wäre es auch so weit für die heutige Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Im nächsten Duorfortes Kurztipsidio. Pardon, das ist ja ein Kurztipsidio und keine LP-mäßige Festung, Challenge-Festung. Ich habe uns schon eine lustige Challenge-Festung geplant für wenn ich mit dem Anfänger irgendwann durch bin. So eine Hardcore-Festung, bei der ich wahrscheinlich installiert aufgehen werde. Das geht mir gerade so durch den Kopf. Da werde ich wahrscheinlich nicht so lange überleben. Aber ich hätte Lust, mal so etwas auszuprobieren. Das wird wahrscheinlich ganze zwei Folgen lang gehen und dann wird die Festung wahrscheinlich in sich kollabieren. Aber ja, mal schauen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie Hardcore-mäßig ich diese Festung dann auch gestalten werde. Wenn ich das Ganze dann irgendwann mal tue und wenn ich, wie gesagt, mit dem Anfänger-Guide dann irgendwann mal wirklich komplett durch bin, was auch nicht mehr so lange dauert wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau. Aber gut, ich würde sagen, das wäre es soweit für das heutige Video. Bald gibt es mal wieder einen Anfänger-Guide-Part, auch keine Sorge, da kommt auch bald immer wieder mehr. Ich bin jetzt erstmal wieder zurück aus dem Urlaub, habe jetzt überhaupt erstmal generell wieder was Dwarf Forges-mäßig aufgenommen. Tatsächlich habe ich, glaube ich, zum ersten Mal Dwarf Forges auch nach dem Urlaub gestartet. Fun Fact, ich habe es mir übrigens auf meinem Laptop installiert für im Urlaub, aber mein Laptop ist auch etwas in die Jahre gekommen und habe, also, ich wäre so oder so nicht dazu gekommen und es wäre, glaube ich, eine sehr schmerzhafte Erfahrung gewesen, auf diesem Laptop, Dwarf Forges zu spielen. Deswegen auch im Urlaub habe ich Dwarf Forges nicht angepackt. Ich habe es jetzt ein paar Wochen noch nicht angepackt. Das war so wieder mein erster Einstieg in Dwarf Forges, sage ich mal. Das heutige Video. Aber ja, das wäre es soweit für das heutige Video. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Macht euch was Schönes. Baut euch eine schöne Festung. Züchzt euch ein paar schöne, legendäre Zwerge hoch in eurer Zwergenfestung. Und ich würde sagen, damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.